Ich bin Muslime. Mädchen sind zickig. Me gustan caballos. Wir sind alle anders, aber doch sind wir gleich. Jungs sind doof. Ich habe Angst vor Spinnen. Dancing is my life. Ich hasse Tomaten. Ohne zu verhandeln. Egal welche Religion. Also, ich habe einfach so auszunehmen. So toll. Die Papiermaschine. Wie der Wendung und leider auch hier stehen Kinderrechte auf einem anderen Papier. Jungs und Mädchen sind nicht gleich behandelt. Werden wegen Religion verfolgt und misshandelt. Das Recht als Gleichbehandlung besteht allen Kindern. Dass das Weltmehrt nicht erfüllt wird, das weißt doch du. Also hebt eure Stimme und habt den Mut. Und denkt nicht immer, alles wird gut. Machen wir alle gleich. Auch arm oder wein. Gleich behandeln. Ohne zu verhandeln. Egal welche Religion. Weg in Ruhe Tradition. Akzeptieren. Perspektieren. Wie wir sind. Zeig dir was. Jeder hat Rechte, wo er lebt und ist. Bist du der Muslim oder Buddhist. Hautfarbe, Sprache unterscheiden uns. Jeder ist anders. Mädchen und Jungs. Die UN hat lange schon beraten. Er mahnt so viele Staaten. Realität zieht anders aus. Regierungen unterschreiben Schwarten. Die Umsetzung muss warten. Die Umsetzung muss warten. Kontrolle gibt es nicht. Machen wir alle gleich. Ist auch arm oder wein. Gleich behandeln. Ohne zu verhandeln. Egal welche Religion. Weg in Ruhe Tradition. Akzeptieren. Akzeptieren. Respektieren. 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 Wie wir sind.